Alter, vor allem ich gehe mal auf die volle Drönung hier, ne? Okay, aufmachen. Ach, geht der Door Sim stuck. Sie braucht irgendeine Crowbar oder sowas. Wir brauchen irgendwas zum Aufbrechen, Alter, jetzt kann ich wieder zurück marschieren die ganze Zeit. Alter, das Ding ist zu. Das ist nicht gut, ich muss hier raus. Was? Ja, wie? Ach, fuck, Alter, wo ist denn der Ausgang? Es ist nicht, Alter, ich voll, Alter, ich krieg jetzt echt den Psycho, ne? Es ist nicht wahr, ich weiß, habe ich keine, Alter, ich bin echt im Arsch, ne? Aber ich habe diese Tabletten ja gar nicht mit, wie kann ich denn die nehmen? Alter! Das war doch Kazuki, somehow, irgendwie, ich wusste, dass ich die finde, Alter, ich bin voll fertig. Nicht, geh nicht weg, don't leave me again. Tanaka! Geh! Scheiße! Oh, 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 oh. Aber geträumt oder was? Wo bin ich? Alter, echt jetzt? In meinem Zimmer, na, ich war im Tunnel. Es war so real. Es muss real sein. Oder träum ich? Ich kann mich nicht erinnern, heimgekommen zu sein. Warum kann ich mich nicht erinnern? Was habe ich getan? Nach dem Polizeirevier bin ich nach Shin-Yuki. Shin-Yuku, okay? Oder nicht? I need to rest. Es ist alles so... Nein, ich habe das verdammte Foto. Ich habe dieses verdammte Foto. Ich habe das direktes Foto. Sie sagt da, das Foto, das kann ich sein. Das war ein Albtraum. Das war nicht real. Ich muss es vorher schon gehabt haben. Aber ich habe es noch nie vorgesehen. Warum kann ich mich nicht erinnern? Kann das real sein? Wenn das wahr ist, ist Kazuki wirklich irgendwo da draußen? So wie Rena ist es? Und warum dieses Foto? So ist es so Bühnen-Stage-Performance-Foto. Also wo sie singt oder so. Any rate, there's no doubt about it. That's Rena. Vielleicht kann sich... Ah, vielleicht kann sich irgendwer an sie erinnern. Aber mein Mind ist racing. Meine Gedanken, die trennen durch. Ich muss meinen Moment nehmen und meine Gedanken sortieren, bevor ich irgendwas mache. Wie geht es mir eigentlich? Ich habe voll abgebissen. Ich war tatsächlich dort. Ich muss echt diese Tabletten nehmen, Alter. Ich bin voll im Arsch. Wieso kann ich keine Tabletten nehmen? Ich kann nur mit der Katze sprechen, schon wieder einmal. Neurose. Okay, keine Neurosen, immerhin. Hello again, Lady Fluff. Der ja again. Also hier, bis immer noch, du penst immer noch, ja. Also wäre nichts falsch. Ich würde mir wünschen, so sein wie du, ja. Alles zu ignorieren, was passiert und sich auszuruhen, ja. Aber ich kann nicht. Es fühlt sich an, als würde sich die Welt peeling away in front of me. I'm seeing it for the surface time. Und in dieser Welt, also sie hat diese, diese zweite Welt hier. Und in dieser Welt sah ich Katsuki. Ich weiß nicht, I don't know how. Ich weiß nicht wie, aber ich tat's, meine Kleine. Ich bin der Einzige, die ihn zurückbringen kann. Es ist sie wieder da. Hm, yummy, what are you doing in here? Do you know how early it is? Was so Spezies war, was macht denn die hier? What do you mean, I'm here all the time, yeah, Jumi. Beseite, der door was unlocked. Sie ist die ganze Zeit hier. Aha, sehr nett. Okay, ich hab die Tür nicht verschlossen. Wie dumm von mir. Ja, sehr dumm. Die ist doch auch nicht ganz koscher, oder? Die, die hat doch auch irgendwas, oder? Das kann ja auch nicht sein. So, I can hear you so clearly from down there. I knew you were in. But last night I didn't hear anything at all. Ha! Sonst hör ich dich immer, wenn du heimkommst. Letzte Nacht hab ich nichts gehört. Komisch, oder? Wo warst du? Hm, nirgends. Ich bin schlafen gegangen. Ja. Ich muss schlafen gegangen sein. You didn't hear me. Okay, is all nothing to freak out. Okay, weil du mich gehört hast, nicht durchdrehen. But then, what about the picture? Hat sie das Bild hingetan? Schon wieder Earthquake. Fuck. Ja, wieder ein großes, hm? Sorry. Ich hab dich unterbrochen, Ayami. Was sagst du über das Bild? Warte, what did you just call me? Who? Was meinst du? Say, you look like a little pearl neighbor. Wie hat sie sie gerade genannt? Ayami, son? Don't worry, I'll check in your own from time to time, Mick. Sure, everything is nice and normal. Okay, sie kommt also immer wieder vorbei. Zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Nett und normal. Hm, I'm fine. Ich bin okay, ich bin nur etwas gestresst. Und, äh, und ich sollte gehen. Danke, danke fürs Checken. Oh, don't mention it. After all, Juma, la, das, hm? Ayami-chan, die nennt's ja wieder so. La, ey! Äh, Leve, morgen, Brüte, morgen, grüß ich. Don't mention it, after all. Okay. Ich muss echt meine, meine Pill nehmen. The pill is that the doctor gave me a right on the table. Ja. Can't have him to. Okay. I hate this pill, but I keep taking them. Ja, nie meine jetzt. Alter, weil dann, unser Sanity ist ja total im Arsch, ne? Aber, es ist alles im Arsch. Wie, wie soll ich das jemals wieder reparieren? Ich mein, ich hab nichts, ne? Ich hab 44. Minus. Professionalität 29 minus. Neurosis minus 19. Alter, ich bin sowas von im Arsch. Alter, ne Mappe. Ne Mappe? Oh Gott, ne Map. Wohin? Die ganze Welt ein Traum, schreibt die Triana. Zuerst noch? Ja, ja. Es ist echt C, halt mit dem Übersetzen. Ich sag's ganz ehrlich. Es ist echt echt C. Aber trotzdem. Wir kriegen's hin. Wir kriegen's echt hin. Das Spiel soll's echt mal in Deutsch geben. Das wär echt mal nicht schlecht. Das wär echt mal nicht schlecht. Aber was machen wir jetzt da? Ja, police kann ich mich nicht blicken lassen. Ja, weil... The center of all of us is in the city. Ja. Ja, eben. So, ich hab eh keinen Zugang. Ja, okay. Apartment, da war ich grad. Das heißt, ich kann eh nur dorthin. Shinjuku. Considered a commercial here of Tokyo's Metropolis. It's also the location of the Quiet Parkall Alley. Ja, okay. Ich kann eh nur dorthin. Ich hab keine andere Wahl. Traveln wir mal. Jo, wie geht's dir, Chice? Jo, etwas aufgewühlt halt schon, ja? Das Spiel wühlt mich ein wenig auf. Aber was machen wir jetzt hier? Wir waren doch in diesem Sewer, oder? Wir brauchen eine Brechstange. Na, hier werd ich nix Neues rauskriegen, oder? Oh Gott, here I am working the morning shift Bekannst du mal ein paar Tausende Leute Take in the Cops, oder? Und was finde ich? Einen Polizisten. Du suchst dich ja noch etwas, ja. Okay, sie warte ein bisschen was erzählt. Ja, das Foto zeigen, ne? So. Sieh dir das Bild mal an. Was ist mit diesem... Ich möchte wissen, ob die Alte, was... Na, wir sind ja da eigentlich noch dran, ne? Hast du dich schon mal gesehen, sagt sie? Ist es möglich, in dieser Area, wie Tanaka verschwunden ist? So ein guter Detektiv wie du sollte doch wissen, dass eine Menge Mädchen rein und raus marschieren. Ja, das stimmt. Hm, aber lucky for you, I'm not asking about all. Ja, glücklich für dich, ich frag nicht nach allen Mädchen. Nur dieses. Well, what didn't they expect then? Wie soll ich mich an eine wie die erinnern? Okay. It's kind of hard to make out, but the girl has red hair. Das Ding, genau, das Ding hat rote Haare. Ja, okay, du hast lila, ne? Red hair. Oh yeah, that changed everything. Expect it doesn't. Ja, rote Haare. Das verändert du dich alles. Oder auch nicht? Ja, bring... Was ist... What's your point? So, was willst du mir sagen? So, I think I've been seen her. I think I might... Ich denke, ich hab sie gesehen. Okay, ja, ja, ja. Ah, chat my ass. You're still working. Well, let me help you. Your little picture, this is... Ah ja, tatsächlich 1996, sagt's, ja? I'm pretty sure whoever gave that to you is pulling your leg. Ja, das stimmt. 96, stimmt. Not sure what they're playing with. Okay, lass mich jetzt in Ruhe. Ah, I don't mind. Also, jetzt kann sie nicht weiter mit mir befassen. Zurück an die Arbeit. Ich glaube, ich krieg's schon raus, was wichtig ist für uns. Hey, warte mal noch, ja? Wir haben die... Das Gespräch erst begonnen. Ja. Ja. Was soll ich denn sagen, sagt sie? Ich kann dir da nicht anlügen, oder? Well, I could. Ich könnte. Aber sie sagt, but you'd only came back here again. Ja, ich könnte, ja. Vergiss mal das Datum, sagt sie. Es muss ja vielleicht auch nicht ein Datum sein. Es kann auch eine Zimmernummer sein, oder ein Passwort, oder so. Stimmt. Stimmt, tatsächlich. So, denk drüber nach. Okay. Sie sagt jetzt ehrlich. Ich weiß nicht, was ich für ein anderes Wort sagen soll, als ich weiß es nicht. Ja. Und das habe ich bereits gesagt. Okay. Das Mädchen ist... Wouldn't have been just a record. She would have stood out. Das Mädchen wäre nicht wie das andere, sondern es würde von den anderen hervorstechen. So, denk! Ja. Okay. Okay. Sie denkt jetzt will ich nach. Und sie sagt, du verarschst mich, oder? Who? Me? Nein. Warum kannst du das denken? Okay. So lustig aus wie sie ist. Ja. Ich lüge nicht. Ich kenne die nicht. Vertrau mir. If telling you, get you off my hair. Okay. Also sie verspricht dir, sie kennt sie nicht. Kann dir da noch jemandem was anderes helfen? Vielleicht ein Good Morning Trink oder so? Ja. Die Zeitungen sagen, du bist vielleicht verrückt. Ja. Somit pass auf dich auf. Wir kriegen das immer noch nicht raus. Ich baue eine Brechstange. Ich baue immer noch eine Brechstange. Immer noch. So. Fahre wir den Typen wieder mal. Servus, da ist so. Oh, hello, Ayami. You work in bright and early today. Ja, du bist schon früh auf, ne? Wie geht's dir denn? Na, es geht mal ein bisschen bett. Ah, mir ging es schon mal besser, aber danke fürs Fragen. Okay. Ist da irgendwas, was ich für dich tun kann? Bild. Ja, hast du das Mädchen gesehen? Los, hau raus. Oh, das ist aber süß, sagt er. At least you might be under the creepy marker, hm? She doesn't look familiar, but I'm not sure. Komm mir nicht so bekannt vor, aber ich bin mir nicht sicher. Also bekannt, hast du dich schon mal gesehen? Hier? Nee, nee. Er sagt, nee, denke ich nicht. Und er sagt er, 1996, ja. Ich wundere mich, was er zu sagen hat. Ja, und er sagt, ey, 1996 war ein echt gutes Jahr für mich. Das was, das was the year I made big plans. Ja, da habe ich große Pläne gemacht, um, wie ich auf die Kochschule gegangen bin, um einer der größten Chefs zu werden. Ah, didn't have a care in the world, I don't have a food, okay. Und jetzt zieh mich an. Es hat sich alles anders gedreht als geplant. Ich verkauf missiges Essen zu Leuten. Den Unterschied, ich kenne von gutem Essen zu einem Store-Rice-Bowl, Reißbällchen. So, ich würde gerne zurückgehen, sorry. Ah, ich bin in meinen Gedanken verschwunden, sagt er. Kann ich noch mal ein Bild aufs Foto sehen? Zeig mir noch mal, ja. You know, I think I might know who it is. Er weiß, wer das ist. Im Ernst? She looks just like the flash in the pen idol from way back then. Had a hit song or something like that. Im Ernst? Das war so wie in one, one, wie er sagt? This is one day, one hour, ja. Hmm. Anyway, her name was Sparkly Diamond, dang it, I can't remember. Er kann sich nicht erinnern. Aber er kennt die Tante auf jeden Fall. Sorry, Army, I thought I had it. Aber vielleicht, also, ich dachte, ich hab's, aber vielleicht erinnere mich auch falsch. One hit wonder, ja genau, one hit wonder, so heißt das Ding. So ein Sternchen, sagt er, ne? Das war so ein Popsternchen. Anyhow, that was from when I was in my heart. Okay, das war schon, da war ich noch sehr jung. Jetzt müsste sie eh verheiratet mit Kindern sein, oder so? Ah ja, positiv. Bist du dir sicher, dass es dasselbe Mädchen ist? Hmm. I'm sure looks. Ich bin mir sicher, sie sieht aus wie sie. Das ist ganz sicher. Aber es ist, äh, embarrassing, but I was really into idols and stuff. Aber es ist, ähm, it's kind of embarrassing. Das heißt, das ist, ähm, ähm, fuck, ich kenn das Wort, aber ich kann es ja nicht übersetzen. Das ist, weil ich immer Englisch red. Ähm, es mag verwirrend sein, so ähnlich, ja? Aber ich war, äh, so ein richtiges Idol, man. Und wenn er wieder junger war und so weiter, dann war er echt in diesem Zeug drinnen. Ich hatte so ein Scrapbook, so ein Klebebuch und so weiter. Und alles, jeez, I hope no one ever finds that. Peinlich, danke, embarrassing. So, she looks like an old idol. Also, okay, noch was für dich zu tun? Nope. Not that. Nein, kannst nichts mehr für mich machen. Vielleicht fragst du mir irgendwen jünger als mich. Okay. Mach ich, danke dir also. No problem, Ayumi. Okay. Raus, 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 raus. Ich brauch immer noch eine Brechstange. It's embarrassing, ja, es ist peinlich. Das Problem ist, ich verwende das Wort zum Beispiel. Aber wenn ich es dann in Deutsch übersetzen muss, dann ist es echt schwierig. Ich komme hier, oh! 1,996. 1,996. Warum kann ich das nicht eingeben? 1,996. Das ist die Co-Zahl für das Ding. Wetten? Ich brauch immer noch eine Brechstange. Hat der eine Brechstange für mich? Hey, what you doing? Ja. Ich dachte, ich arbeite nur am Abend. Ja. So, aber halber. So, hau mal raus. Kennst du die? Weil er ist ja jetzt auch jünger, noch. Kennst du die? Kennst du die, Alter? Oh, that's some creepy stuff. Did you like Mark Olo? Face for revenge. Oh, das ist ja ein verrücktes Zeug. Hast du das drüber geschmiert als Rache, oder was? Ah, no. Nein, habe ich nicht. Hör zu. Es war zwar jetzt nicht das, was ich erwartet habe, aber es soll ich nicht weiter quälen, so I get going. Oh, oh, oh. Like, slowly down, Detective. So, okay. Beruhig dich mal. Ja. What you've got, there is a genuine Pop Idol Performance Foto. Okay, also doch. Oh, wait. What, you know something? I mean, you know about this picture. Kennst du dieses Bild? Ja. Süßu. So, erzähl how I was. Well, based on it, like lightning and outfit, it looks like it's a pretty incident. I mean, like, it might be over 10 years. Es ist ja 10 Jahre alt, vom Stil her, und so weiter. Okay. Wenn 10 Jahre in an incident, I'm not gonna ask you, hold you think I am. Okay. Wenn das schon eine Ewigkeit her ist, okay. Okay, okay. The little lady was probably like based there, oh, wo der war. Okay. Es war ein kleiner Spot in Akihabara. Die kleine Lady ist womöglich, die wohnt dort, based there, oh, wo der war. Die ist eine Zeit. Me and my girlfriend were at the concert there. And I think she had the hots for me. Okay. Sie hat ein Konzert gegeben. Okay, okay. Ich hab's picture. Akihabara, who? Well, I got to say, kid, you really know your stuff. Okay, du kennst dich wirklich aus, mein Junge. Okay. Bin fun chatting, oder? Ah, okay. Es ist zwar nett, mit dir zu reden, aber ich muss zurück an die Arbeit. Keine Brechstange, ja. Okay, also ich glaub das mit dieser, wir können eh nicht mehr rein, ja. Also Brechstange, ich war da echt am falschen, am falschen Weg. Ich kann nur gucken, ja. Ich kann jetzt da gar nichts mehr, das ist auch erledigt. Hier kann ich nochmal gucken. Okay, wir erinnern sich wieder, ja. Ich krieg das immer fetzenweise hier, ja. Also das ist nicht so nett von dem Spiel, ja. Okay, dann haben wir das jetzt erledigt. Ich kann auch gar nichts machen, das ist auch erledigt. Das heißt, wir bewegen uns, wir müssen jetzt zu... Kann ich den Code schon eingeben? 1, 9, 9, 6. Wetten, ich stehe hier einmal und gebe 1, 9, 9, 6. Ich schwör's euch, oder? So, das heißt, wir müssen dorthin fahren. Jetzt haben wir ja ein neues Zielgebiet bekommen. Leave. So, denn, jetzt müssen wir hier nach Akana Info Travel. Los geht's. Schreibt's mal rein, wie findet ihr es denn bis jetzt? Oh, jetzt geht's los. Jetzt haben wir bei FSK 18 gleich hier. Alle, die unter 18 sind, raus. Auch hier werde ich einen Cut machen auf YouTube. Weiter geht's in der nächsten Folge. Hier im Freudenviertel. Aber natürlich geht's weiter auf Twitch jetzt live. ехalie im Freudenviertel und fühle mich so.